Und Sie haben auch an der Reaktion von Ted Martin gehört, wie sehr der hier drin ist, wie bissig er agiert. Zwei Break, bitte. Ein glatter Vorhandschuss, 5-4 Break, 4 für Martin. Martin, für die Möglichkeit, mit 2-1 nach Setzen in Führung zu gehen. Dankeschön. 15-0 für Cinder. Das ist wohl eine Seite gerissen. Also da läuft jetzt einiges schief für Becker, der diesen Ball nicht in der Mitte, sondern am Rahmen traf. Und dann sind ja zumeist die Seiten so empfindlich, dass sie sofort durchreißen, wenn gleich seine Schläger so gespannt sind, dass jede Seite für sich die gleiche Spannung und Zugkraft hat. Ganz besonderes System. Vielen Dank. Daisek Füntzen, 30-15. Daisek Füntzen, 30-15. Daisek Füntzen, 30-15. Die altbekannte Variante, wenn man dringend einen Punkt braucht. Und somit steht Todd Martin ganz kurz vor dem Gewinn des dritten Satzes. Was tut er mit einem erneut guten und platzierten Aufschlag? Sie erinnern sich, die sichere Variante auf der Seite. Immer wieder dieser Cross. Da ist auch die Wegstrecke ein bisschen länger. Das heißt mehr Sicherheit beim Aufschlag. Und dazu dreht sich eben der Ball noch vom Gegner weg. Ganz prägende Variante auf diesem Boden. Klasse! Es bleibt ja irgendwie die Hoffnung. Auf den Mythos Boris Becker, der unzählige Matches in seiner Karriere schon rumgerissen hat. Der Ball ist im Aus. Ein richtig gehender Flattervolley. Das war eben zu wenig Spannung eben bei diesem, bestimmt kurz davor. So eine Art inneren Schweinehund zu überwinden. Sich nochmal reinzuhängen, auch in dem Gedanken, dass der fünfte Satz lang sein könnte. Da ist er noch leidigt. Sensationell. Der ganze Ballwechsel von beiden. Man darf da nicht nur Boris Becker Respekt zollen. Allein dieser Ball hier, nach diesem unterschnittenen Rückkant Longline von Martin. Und dann die Variante falscher Fuß. Das war eine Mischung aus Tennis, Intelligenz, Beweglichkeit. Und vor allen Dingen reine Nervenseite. 14,30. Absoluter Paradeschlag von Todd Martin. Wird ja hauptsächlich geleert in den Staaten, in Amerika, die beidhändige Rückkant von Beginn an. Vorteil, der ganze Sprecher. Lassen Sie uns gemeinsam buchen. 0,40, lauf vor. Der coloredwww. Dem würde ich auch eher ausgesehen haben, aber lassen wir das lieber. Halt! Halt! Und er regt sich nach wie vor auf. Eine von drei Breakmöglichkeiten abgewehrt. Da haben wir noch mal dieses Kontrollgerät des sogenannten magischen Auges, das ja auch genau justiert werden muss. Jeden Morgen wird das getan. Und das sich auch ab und an wohl irren kann. Das haben wir relativ deutlich gesehen einige Male. Mal sehen, ob Becker sich beruhigen kann. Das ist nicht die Problemseite gewesen. 3C, 14. Jetzt wird es schwierig. Jetzt fällt es vor allen Dingen schwer, den Aufschlag so zu platzieren, dass der Gegner echte Schwierigkeiten hat, sich optimal vorzubereiten. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das letzte gibt, um den fünften Satz zu erreichen. 40-30 40-40 40-40 90 optimal getroffen in der vorwärtsbewegung und das noch fast dreieinhalb Stunden vorzeihender Wendt ist Martin Spiel es ist nicht zu glauben aber nicht nur das, was Boris Becker da veranstaltet, auch Todd Martin der ja scheinbar so langsam ist er bewegt sich und läuft für seine Körperlänge und vergessen wir nicht die Schuhgröße 48 außerordentlich gut aber in dem Match hier sehen wir spätestens in diesem vierten Satz all das was wir uns erhofft haben vielleicht auch Satz Nummer 5 Dankeschön Gute Länge 2-0 2-0 Meckham Stein Einz 2-1 1-2 1-2-2-2-2-3-3-4-4-4-5-3-4-5-4-4-4-3-0 Applaus Sollte ein überraschender Angriff werden Das ging aber nach hinten los Denn Martin spielte den vorletzten Ball Sehr kurz Und zwang den Gegner zu einem Halbflugball Und das ist immer eine relativ ungünstige Ausgangsposition Applaus Der Teibrick ist ein faszinierendes Aber auch manchmal ein richtig grausames Spiel Also alles ausgeglichen Boris Becker hat ja gesagt Es ist eine gute Idee Dass man bei diesem Turnier hier Wie bei den Grand Slam Turnieren auch Im letzten Satz durchspielt Vierdai 4-3 Marching Applaus Applaus Kalk Applaus tortilla Chiaz alle Applaus Kalk 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 besser geht es nicht der return war die voraussetzung so dass becker den flugball nur zurückspielen konnte und dann martin ein verdeckt geschlagener rückhandlob der überhaupt nicht zu erkennen war becker zudem nach dem durchlaufen sehr weit vorne alle chancen jetzt für todt martin wunderbar getimt zwei punkte bauer noch ganz ruhig ist es geworden in der olympiahalle todt martin hat nach drei stunden 23 minuten zwei matchbälle zum einzug ins finale das kommt bei ganz lang kaps bitte away vielleicht der längste ballwechsel in diesem spiel und zock martin gewinnt nach einem hochklassigen vier satzmatch gegen boris becker der entspannt lacht ich glaube der auch weiß dass martin vor allen dingen immer wieder dran war dank seines exzellenten ausschlagspiels aber auch dank der returns denn da war becker ein glatter vorhandschuss 5 4 break for ich kann mit 2 1 nach setzen in führung zu gehen so eine seite gerissen also läuft jetzt einiges schief für becker der diesen ball nicht in der mitte sondern am und sie haben auch eine reaktion von tat martin gehört wie sehr der hier drin ist wie bissig er agiert zwei breakpölle 15 meide 15 Vielen Dank. Lisey Quinten, 30-15. Rahmen traf und dann sind ja zumeist die Seiten so empfindlich, dass sie sofort durchreißen, wenn gleich seine Schläger so gespannt sind, dass jede Seite für sich die gleiche Spannung und Zugkraft hat. Ganz besonderes System.